Die Weltreiterspiele in Try-In starten. Wir sind auf der Road to Try-In und besuchen ganz, ganz tolle Leute aus dem Team. Simone Blum, Isabel Wert, die Bundestrainer, das Orga-Team des DOKR, Sönke Rotenberger, Gabi Bussmann, die Teampsychologin, Martin Ejok, der die Pferde transportiert. Lena Steger, die Pflegerin von den Pferden von Michael Jung. Auf geht's, ab geht's, ab jetzt!